Diese Woche bei DVS-TV. Autoklaven, eine Herausforderung für die Schweißtechnik. Aluminium und Stahl verbinden. Lösungswege für Sailor Blanks. Bauteile für die zentrale Gasversorgung. Schön, dass ich Sie auch in dieser Woche wieder bei uns begrüßen darf. Autoklaven sind gasdicht verschließbare Druckbehälter, die für die thermische Behandlung von Stoffen im Überdruckbereich eingesetzt werden. Autoklaven werden zum Sterilisieren, zum Aushärten von Baustoffen, zum Vulkanisieren von Reifen und Gurtbändern sowie zum Verpressen von Faserverbundwerkstoffen verwendet und kommen somit in der Medizintechnik, Lebensmitteltechnik, Biologie, Glasindustrie, Luftfahrtindustrie und in Steinfabriken zum Einsatz. Herr Herrmann, Sie können uns heute über eine sehr interessante schweißtechnische Anwendung berichten. Ja, die schweißtechnische Anwendung, von der Sie sprechen, wird wahrscheinlich die Firma Scholz betreffen in Coesfeld. Die schweißen Autoklaven, stellen die her und schweißen die mit unseren Zusatzwerkstoffen. Welche Abmessungen haben denn diese in Coesfeld geschweißten Behälter? Also die Autoklaven, es gibt kleine für die Medizintechnik und es gibt große, sagen wir mal riesengroße, die haben Durchmesser von bis zu neun Meter und haben eine Länge von 54 Meter ungefähr. Das sind ja schon ganz schöne Abmessungen. Die sind nicht klein, ja. Die werden auch nur mit Sondertransporten weggebracht. Welche Werkstoffe kommen denn dort zum Einsatz? Die Werkstoffe sind unterschiedlich. Es fängt im niedrigligierten Bereich an, also wir sprechen von einem S355 und es geht hoch bis zum Hochligierten. Herausforderungen an die Fügetechnik entstehen im modernen Fahrzeugbau vor allem auch durch die eingesetzten Werkstoffe. Deltaspot von Fronius zeigt hier neue Wege zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Widerstandspunktschweißverfahrens. Herr Pangerl, können Sie uns ganz kurz die Funktion dieser oder die spezielle Funktion dieser Maschine erläutern? Also wir sehen hier an der Maschine, wir verwenden spezielle Prozessbänder. Mit diesen Prozessbändern schützen wir die Elektrode. Das bedeutet, das Aluminium legiert jetzt nicht mehr auf der Elektrode auf, sondern lampahnt und wird von der Schweißstelle weggefördert. Somit habe ich eigentlich immer eine saubere Kontaktfläche und kann somit prozesssicher bis zu 10.000 Schweißpunkte auf Aluminium setzen. Das heißt, Sie verlängern auch die Elektrodenstandzeit damit? Genau, richtig. Also wir stabilisieren nicht nur den Prozess, sondern erhöhen auch die Lebensdauer der Elektrode. Der weitere Vorteil ist der, dass ich ja durch das Prozessband einen zusätzlichen Widerstand habe. Das bedeutet, das Prozessband wird erwärmt. Somit bringe ich auch von außen Wärme in die Schweißstelle ein und isoliere gegenüber der Elektrodenkühlung. Das bedeutet, ich brauche deutlich weniger Schweißstrom im Vergleich zum konventionellen Punktschweißen. Welche Materialien fügen Sie denn hiermit? Also hauptsächlich Aluminium. Es ist aber auch möglich, zum Beispiel Stahl mit Aluminium zu verbinden. Ich kann jetzt unterschiedliche Prozessbänder nehmen mit einem unterschiedlichen Widerstand und somit kann ich gezielt Wärme in das jeweilige Material mit einbringen. Der Werkstoff Aluminium hält insbesondere in der Automobilindustrie verstärkt Einzug. Auch in Form sogenannter Tailored Blanks. Blechplatinen, die meist aus unterschiedlichen Werkstoffen verschiedener Blechtigen fügetechnisch hergestellt und anschließend umgeformt werden. Hier kommen verschiedene Fügeverfahren zum Einsatz, wie das nachfolgende Beispiel aus der Automobilindustrie zeigt. Frau Dr. Rose, ich habe hier mal ein Beispiel aus dem Bereich des Automobilbaus. Also wir haben die vor zehn Jahren sicherlich noch etwas futuristische Variante, dass wir verzinkten Stahl mit ALMG-Legierung verbinden. Hier haben wir sogar zwei Verbindungsvarianten und Technologien der Firma Fronius an einem Bauteil. Und neben dem 7T-Verfahren konnten wir hier auch an diesem Bauteil, an diesen Stellen, auch Delta-Spot im Grunde genommen einsetzen. Also man sieht hier, man kann hier wirklich sämtliche Vorteile des Delta-Spot-Prozesses ausspielen. Man kann hier wirklich verschiedene Materialien mit einem Fügelwerkzeug verbinden. Ich habe hier zuerst eine Stahlverbindung. Im weiteren Schritt dann eine Stahl-Aluminium-Verbindung. Und am Schluss habe ich noch eine Aluminium-Aluminium-Verbindung. Welche besonderen Anforderungen entstehen denn an dem Schweißprozess bei der Herstellung dieser Tailored Blanks? Naja, die eine Anforderung besteht oder entsteht daraus, dass wir ja zum einen zwei Metalle miteinander verbinden, die völlig unterschiedliche Gefüge-Eigenschaften aufweisen. Sie sehen ja, hier ist im Grunde genommen wirklich ein reales Bauteil. Das ist nicht mehr aus dem Labor. Das wird eingesetzt. Und in so einer kann ich sagen, wir haben es gepackt. Bei einer zentralen Gasversorgung werden die einzelnen Verbrauchstellen eines Betriebes über ein Rohrleitungsnetz versorgt. Die Größe und Art des Gasspeichers wird in erster Linie durch die Verbrauchsmenge bestimmt. Rohrleitungsnetz- und Gasentnahmestellen werden individuell konfiguriert. Rechtzeitig zur Euroblech erschien der neue Katalog von Linde zur zentralen Gasversorgung. Linde Gas bietet neben Prozessbrenngasen und Einzelgasen die zugehörige zentrale Gaseversorgung an, die wir speziell auf ihren Betrieb, auf ihren Prozess anpassen, konzipieren oder optimieren. Des Weiteren haben wir unseren Katalog zentrale Gaseversorgung überarbeitet, erweitert. Und speziell im 300-Bar-Bereich sind wir nun breitbeiniger aufgestellt und haben das Portfolio erweitert. Des Weiteren wurden Gaseanlagen optimiert, überarbeitet, auf den neuesten Stand gebracht. In der nächsten Woche sind wir wieder mit aktuellen Themen für Sie da. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.